hallo youtube hallo internet und willkommen bei ls 17 hier auf der playstation 4 und wenn sie so weitergeht mit dem wetter und depression wo fährst du hin halt ich wusste überhaupt fahren können also ich war es nicht der helfer ja muss ich noch mal einen traktor vorspannen das ja was macht denn der helfer so wie wir diesen motor starten ich aber merken können so was wir machen wollte die rampe hier setzen das hat ihr noch mal angemerkt und ja stimmt habe ich nicht vergessen und ob der bolti war lassen der meinte halt auch noch hey tom dann kannst du doch zum beispiel so ein anhänger direkt rein kippen die finde ich gar nicht schlecht wie mit der handbremse und so schön der gemacht ist so also eigentlich wäre starten noch so genau so passt es sind nicht dazu wenn resten darüber weil ich will einen herkriegen wir müssen dass jetzt die kühl so groß aufgestockt haben müssen natürlich auch das futter erhöhen und da brauche ich jetzt den anhänger macht viel weil ich wollte ja mal gucken wenn noch gras im silo eingelagert haben klingt zwar komisch was macht das werden wir haben ja mal etwas im silo das leicht holz so ja super zack zack komm 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 ungünstig, würde ich mal so nennen. Zack. Das war die Tom'sche Holzklappe. Okay. Bisschen anschieben. So, und den letzten noch, dann haben wir wieder mehr. Ja. Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Gut. So, auf dem schweifelt es auch noch rein. So, klappt ja heute wieder. Mann. Ich will jetzt auch nicht durchsingen, weil ich denke mal, dann wird die Hälfte verschwinden, weil man es dann als Spitze erkennt oder so. So, ob man sich da nicht reinrutscht. So. So, bitte nicht nachmachen. Jetzt haben wir doch gar nicht gerattert. Aber wie kannst du denn flow? Jetzt könnte ich noch so ein bisschen... So. Aber nee, jetzt müssen wir, wenn, dann erst mal die Rampe setzen. So macht das ja keinen Spaß. Dann mach ich die jetzt nochmal aus. So. Ruhe. Jetzt wollen wir mal kurz zu den Kühen. Wo war denn jetzt mein... Äh? Schon so lange nichts mehr abgeholt? Ach, da. Okay, okay. Mal kurz drehen. Hab da nicht auch einen Lichtschalter gehabt? Ja, mach ich doch. Einmal kräftig mit dem Daumen. So. Ähm. Ach so. Hier, mal überlegen, wozu das hier ist. Hm. Irgendwann kriegen wir das nochmal raus. Okay. Hups. Sonnenblumen, Soja. Gras. Da habt ihr das gesehen. Und Heu hab ich auch noch. Gras 4700. Ja, weil das rein muss. So. Das ist so ein Traktor im Weg. Die sauen hier aber rum. Ich hatte es gerade erst sauer gemacht. Ich muss hier noch ein bisschen Synerge holen. Machen wir mal gleich. Okay. Ich muss die Hilfe reinnehmen, weil ich weiß gerade nicht, äh, ich will keinen seitlich abkippen und ich weiß gerade nicht, wie es geht. Ähm. Ah ja. Rechts. Ist da wohl? Ja. 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 Rechts. Ist da wohl? Oh je, oh je, oh je, jetzt habe ich es nicht bedacht. Ich hätte jetzt mal andersrum reinfahren sollen, das wäre jetzt, äh, ach YouTube. Aber ihr seht ja gerne, wie ich mich quäle. So. Dann gibt's vielleicht einen Daumen mehr. In letzter Zeit nehmen die so ab. Ist immer so schade, weil, weil diese Daumen, das ist ja für uns YouTuber. Ähm. Ja, einfach, die Bestätigung, dass es euch irgendwie Freude macht und, ähm, das wäre echt nett, wenn ihr da mal dran denkt. Tut auch nicht weh. Volle Konzentration. Ich komme ja nie wieder raus, glaube ich. Ähm. Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt vorne raus, ach so, ich könnte, ja, wenn man einen Tick, ha, kann man auch machen. Ja, aber ich wollte es ja eigentlich anders, aber na gut, ihr habt recht. Ich kann auch hier auf der Kuhwelle drehen. Oh. Könnte auch da raus, ne. Könnte man schon, aber will ich nicht. So, ihr Lieben, jetzt kommt mir nicht in die Quere. Uuuh. Ich habe alle Hunger anscheinend. Was macht ihr hier? Nein, nicht durch, nein. Ah, nicht durch B. Ah, ich kann da gleich gucken. Ah, nein, sie laufen nicht durch mich durch. Hier steckt es auch noch fest. Ja, super. Traktoren geholt. Mach bloß die Tür zu. Zack. Ich glaube, viel mehr Kühe passen auch gar nicht auf unsere Weide. So, jetzt gucken wir erst noch mal, ob wir nicht den Rest auch noch mal holen könnten von, was da noch drin ist von dem, na, ihr wisst schon. Ähm, vielleicht hat das Gras heute ist richtig lang von wegen. Puh. Kraft war da sowieso für die Katze, ne. Ah, Mist. Um es nicht hier laut aus der Lage zu schaufeln, werden wir jetzt einfach mal den kleinen Anhänger hier noch mal benutzen. Kommen, dass es so geht. Und was ist eigentlich mit dem versprochenen Rampe? Soll ich mal gucken, der Typ? Mann, so viel Geld haben wir jetzt auch nicht mehr, ne? Wander-Shop. Platzierbar. Oh, es gibt Essen. Oh je, mit Beinen, das gibt's mega. Ähm, ja, komm, kommt ihr mal da hin, vom Wegen, ne? Partnerschaft und so. Da, sage ich euch, YouTube. Ähm, aber nichts gegen meine Frau. Ähm, 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 so, wie müssen wir mal drehen? Ich habe schon hier vergessen, wie, aber da steht er nicht. Ähm. Doch, so ist richtig. Ne, das ist ja nicht nur so rotieren, ne? Schieben. Voraussetzt, sie ist jetzt überhaupt richtig rum. Ich meine, es muss jetzt nicht hundertprozentig sein, aber... Ach so, ich komme hier auch am Zoom. Ähm. Kamera rotieren. Drehen wir uns noch mal ein bisschen rum. So. Ich glaube, was ist denn das für eine Tafel? Ist das ein Licht? Okay. Das ist ja auch cool. Dass da noch ein Scheinwerfer mit dran ist. So. So wäre es perfekt, ne? Gucken wir mal, wie dicht wir da rangehen können. Naja, nicht... Das Rad steht da jetzt so. Ähm, zack. Wie, wie, nun? Hä? Wie, jetzt 38? Also so passiert nix. Und wenn ich jetzt, äh... Wie, bitte geht's. Mann, nenn. Gar nix mehr, aber hier mit diesen Ketten-Dings immer. Ja. Toll. Ähm. Fehlkonstruktion, oder? Ich weiß nicht, was jetzt grad schiefläuft. Gut, vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Und, ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge YouTube. Macht's gut, ciao. Ah, jetzt gibt's. Aua. Jetzt gibt's leckere Nudeln. Tschö.